Musik Moin Leute Ja Leute Ja wir sind ganz schön gereizt gerade Willkommen erstmal zu einer neuen Folge Ja wir zocken Naruto Chipotle Ninja Storm Generations Und wir hatten gerade schon eine Aufnahme gemacht Die uns Knappe halbe Stunde Ja knapp halbe Stunde Haben wir gemerkt Oh geil falsches Mikro eingestellt Wir Es war eine relativ spannende Folge Am Ende noch mit einem Unentschieden und einem geilen Comeback Von mir Es waren sehr coole Moops Alles so dabei aber nein es muss ja nicht Aufnehmen alles Und den Ton und so Wir sind aber sehr verärgert ehrlich gesagt Und wir hoffen jetzt dass wir das doch noch gut hinkriegen können Ja klar Ja wir hoffen dass es euch gefällt Also das Prinzip hier von uns ist Dass wir zufällige Auswahl machen Das habe ich alles schon mal erklärt aber Dass wir zufällige Auswahl machen Und zufällige Map Und dann erraten wollen Ja wer wir sind Naruto ist denke ich mal bekannt Anime Serie aus Japan Ziemlich beliebt Ja Ja und Gut dann das heißt mal anfangen Jetzt bist du der weil es in der letzten Folge auch so war Wenn ich was gesagt habe war er das Ja Oh geil Ach nö Aber die ist oberpohr Siehst du da rein Fast Ich sehe gerade gar nichts Ach ich bin Gaara Stimmt Jetzt habe ich hier keine Ausweich Chakra mehr Ach du scheiße was macht er denn Ich kann ihn nie treffen mit Newtze weil er immer zuvorkommt Ich gehe halt irgendwie ab Alter Garaus richtig geil Mann Ich weiß Alter Hä was bringt Übelstes Chakra Das gibt hier mehrere Aufladungsformen Wenn man Y drückt Gibt es ja einmal die normale Da kann man das Sein normales Jutsu anwenden Und wenn man zweimal drückt Sieht man noch so ein blaues Feuer um einen drum Das ist dann Die Vorbereitung auf das Special Jutsu Was ich hier jetzt nochmal auspacken werde Ja Das ist der Wachenmodus Wenn man Wenig genug Wenn man wenig genug Leben hat Kann man den aktivieren Das wird jetzt sagen wir bitte nicht so ein Comeback wie jedem am Ende oder Ich weiß nicht Übelst aufgespießt Ne Interessiert ihn kein bisschen Gara ist einfach zu okay Das ist ziemlich viel Ausgeweiche hier Ne also man muss dazu sagen gegen Gara kann man nicht gewinnen Das ist wirklich so gegen Gara kannst du nicht gewinnen Egal was du für wen hast Das ist immer in den Kämpfen ein ganz schönes Durcheinander Ich hoffe Die Übersicht bleibt dennoch ein wenig vorhanden Ja das war auch ziemlich unfair Weil Gara Ach Unfair Ne gegen Gara kann man nicht gewinnen Vor allem dieser Tusser da nicht Die einfach gar nichts kann Maskierten Mann Ja der Auch Manchmal Manche Charaktere sind echt unfair in diesem Spiel Modi Schon Am besten kann ich ja mit Naruto Euramid Modus umgehen Ja Damit geht er mir immer auf den Sack mit seinen Rasenschul ricken 95% Siege Gegen Kai Ja aber wenn ich dann mit maskierten Mann komme Dann sieht es immer noch anders aus Aber sie Also ich will nicht sagen dass ich der Beste bin Aber ich sage es ist gleichwertig so Fast Wir kämpfen Ja ich bin Jiraya würde ich sagen Ja ich sage ich bin Gai 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 Man sieht schon wieder der Todelhyperventiliert Sosk Gai 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 Ja ich bin Lee Ist auch gut Äh fast Mann Du hast fast erraten Jo Was ist geschehen Übelste Eskalation Ich bin Lee, ich bin gut Ich bin gut Lee ist richtig geil Hä? Ich hab gar nichts gesehen Ja man Scheiße Alter Das ist hier, den ich gerade spiele, ungefähr der beste Charakter im Spiel Ich würde diesen übelsten Donner im Hintergrund, Alter Geil, Mann Man kann gegen ihn nicht gewinnen, Mann Okay, natürlich, er hat Ich weiß nicht, was Er Lennart oder Traudl anders macht Auf jeden Fall hackt er immer, weil er immer Dieses Ausweichschakra hat Ach, Scheiße, warum ist er auf einmal Hä, was war das? Hä? Jawohl, jawohl, jawohl Das ist unfair Ach, du feuer Ja, hast gut gekämpft, kann man nichts machen Was ist hier mal so viel Ausweichschakra hat? Bist du behindert? Ja Tja, der vierte Hokage ist einfach Nee, das liegt nicht am Hokage, es ist einfach Kacke, ey Er hat immer so viel Ausweichschakra, das ist richtig unfair Ich weiß nicht, woran das liegt Ich setze es schon gut ein Hm, naja Aber Lee und der vierte Hokage nehmen sich nichts Irgendwie ein bisschen In dem Spiel Na, ein bisschen Raids ist bei dem Spiel auch mal dabei Wer mich auch kennt, ich bin leicht reizbar Aber noch lange nicht so schlimm wie FIFA Ja, da wollen wir gar nicht erst wieder anfangen Was ich letztens wieder für ein Tor reinbekommen habe Ne, ne, egal Ne, ne, ne Ne, das müssen wir einfach mal aufnehmen Irgendwann mal, das geht Ja, ich bin Naruto Hermiten Modus Oh, es steht 2-0 für mich Ich sag, ich bin phrasen Die letzte, die leider nicht gelungene Aufnahme Haben wir sechs Kämpfe gemacht Ich denke mal, das können wir auch in dieser Runde wieder machen, oder? Ja, die sechs Kämpfe 2-0 Ich hab zwei miteinander gewonnen Dann haben wir zwei Kämpfe gemacht Ja Ach ja Ja, oder nicht? Oh, jetzt bin ich Äh, LOL Okay Ich bin der bessere Lee Nein, ich bin der bessere Lee Meine Augenbrauen sind dichter Huuu Style Ach so Yes Oh, Alter Ah, du bist der größere Lee Ja Sei ich doch, dass ich der bessere Lee Trotzdem müssen wir sind meine Augenbrauen dichter Hä? Ja, Mann Ich hab das abgewertet Nicht da Jo Ja, Mann Lama Taktik For the win Ja, Taktik for the win, ne? Hä? Du hattest eben keinen Ausweichstacker, oder? Hä, wirst du uns selber kommen Jetzt weiß ich nicht Nie Ist fertig gemacht, oder? Bam, 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 bam Tchjoo, Alter, hör mal auf, Kollege, ey Oh, richtig vernünftig, Alter Danke, dass du mich immer noch machst Nein, 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 nein Hö, das mach ich hier auf einmal Das bringt jetzt nichts, was ich gemacht hab Alter, hä, wat? Ja, ja, ja. Nein. Ja, Mann. Was? Nein. Nein. Ach du Scheiße. Nein. 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 Finish ihn doch. Jawohl. Na, er ist so knapp, Mann. Das ist richtig unfair. Wie setzt du das denn ein? Das ist, keine Ahnung. Alter. Das ist richtig unfair. Wieso ist die Aufnahme verschwunden? Na, konnte ich euch zeigen, was ich kann, ey. Ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, ich habe mich natürlich auch geärgert. Aber ich denke mal, beim nächsten Mal ist man dann wieder frisch, wenn es dann hier vorbei ist. Das kann nicht sein, ey. Das geht nicht, ey. Ich muss gewinnen auch. Mal, irgendwann, Mann. Das kann doch nicht sein, dass ich immer verliere, ey. Das ist richtig unfair, ey. Ich gehe jetzt mal hier in die Mitte, ey. Ich sage, ich bin der Maskierte, Mann. Ich sage, ich bin scheiße. Weil ich eh wieder. Es mir egal, wer ich bin, ey. Okay. Hm. Ich habe schon vorher gewusst, dass ich das nicht aufnehmen will, weil ich sonst immer ausraste. Alles kommt, ey. Hä, wieso bin ich wieder Kisame? Ich war eben Kisame, aber rast zur Hölle. Guck mal, es kommt sich rein. Ja? Ja? Hm? Ah, nein. Hä, was? Hä? Was war das denn? Übelster Glitch. Das sind noch die Eltern von Sasori. Ja, das sind die Eltern von Sasori, die Puppen. Als er noch gut war. Wie hat die lustige, alte, zerbrechliche Frau Jetzt. In ihrer Gewalt. Hm. Sie bietet ihm bestimmt immer Kekse an. Dann kommen ganz viele kleine Kinder. Das ist richtig unbeweglich, aber da rein ist irgendwie doch drauf. Ach so. Erstmal übelst zart. Ja. Nö. What? Jo, ey. Das ist richtig spannend. Ja. Das ist richtig spannend. Was? So, jetzt bist du dran. Klar, Alter. Yo. Yo, ich bin gleich tot. Ja, Mann. Das ist völlig OP, Alter. Alter. Das ist richtig krank. Ich hoffe, ich feier es nicht. Ich bin jetzt von einem Dämonen besessen. Dann kommt sie dir an. Jun, das ist richtig kranky shit, ey. Also, wenn ich jetzt noch das Comeback kriege, ne? Drei... Ich brauche noch jetzt drei Siege. Das ist unentschieden. Hm. Ja. Boah. Man ist immer richtig angespannt, wenn man das Spiel spielt. Ja, ich bin auch quasi, ich habe gerade irgendwie 40 Grad Fieber gefühlt. Ja, ey. Hm. Ja. 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 Okay. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Nein. Doch. Nee. Okay. Okay. Okay, ich bin schade. Er kann aber das hier. Ich kann das hier. Er kann das hier. Huah. 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 Ich komme zu dir. Guck mal, wer da kommt. Der Insektenmann. Loll. Watt war das denn? Erstmal wegschmeißen, Hanna. Nee. Mit dem Controller hat man bestimmt abübelst, Hanna. Ja, Mann. Aber man muss sich jetzt auch richtig ausrasten auf dem Controller. Hanna, Hanna. Das war auch egal. Ja. Mann, ich kann nichts machen, weil ich keine Ausweich-Jucker habe. Nein, ey. Das ist unfair, wenn ich keine Aus... Das ist immer unfair. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr, das Spiel zu zocken. Hm. Nee, guck mal. Er hat dauernd, ey. Immer diese... Volles Ausweich-Chakra, ey. Warum? Ich benutze es halt einfach weniger. Jo. So. Klar. Hä? Jo. Es ist einfach nur ein... Kopier, Alter. Wahrscheinlich, oder? Ach so. Ja, klar. Was zur Hölle? Was war das denn? Jo, Alter. What? Wie? Nee, Alter. Was? Ja, okay. Gara ist wirklich OP. Was? Alter. Wie geht der denn ab? Übelst Drogen, alles was es... Übelst Drogen, alles was es gibt da Welt genommen, Alter. WTF? Holy shit. Tja. Au. Was? Du schlägst die Kontrolle her an das Tal und sagst au. Okay. WTF? WTF? Ich bin dieser... Yugo, dieser... Ich kann sagen, dieser Insekten... Nee, nicht dieser Insekten. Dieser Steinmann da, dieser... Yugo heißt er, ne? Yugo? Yugo, Joghurt, Yogi. Das ist so derer, ja. Ich weiß nicht. DJ Yogi. Hä, DJ? Bah, schade. Guck mal, ich mach Hundstöckchen. Guck mal. Guck mal, Mama. Guck mal, Mama. Guck mal, Loll. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal kurz. Ich möchte kurz was ausbringen. Kann ich meinen Hund schicken? Was will denn der Hund machen, Alter? Hä? Du willst wissen, was der Hund machen kann? Hä? Warte mal. Warum kann das? Ja. Hä? Ach so. Klar. Nein, das mach ich. Yo, das war nice. Brr, bam, Junge. Gibt's erstmal schön. Das ist übelst Weltuntergang, Alter. Gibt's erstmal übelst. Hä? Alter, wie ich abgehe. Wieso hast du noch volle Leben, Mann? Ach komm. Ja, ja, ja. Nein! Okay, jetzt macht er mich fertig wieder. War klar. Ja. Jo. Auch der übelste Weltuntergang. Was macht er? Unsichtbare Wand, oder was, ey? Klar. Nein. Yes. Jetzt bist du tot. Jetzt bist du tot. Nein. 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 Na. Ja. Ja. unentschieden wieder unentschieden ja es gibt schon genug gute 20 minuten und 45 sekunden auf ab jetzt ja und ich würde sagen das war es jetzt erstmal es ist wieder unentschieden diesmal mit dem richtigen mikro aufgenommen wir hoffen dass euch gefallen hat wenn es euch gefallen hat dann würden wir uns über eine bewertung nach wenn eine positive bewertung freuen oder einen daumen nach oben haha oder schreibt doch bitte verbesserungsvorschläge in die kommentare und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal alles gesagt